Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber sag mal, wie geht's dir? Gibt's für dich was Neues? Ja, stell dir vor, ich hab gerade von meinen Eltern ein Auto zur Matura bekommen. Ja? Cool, gratulier dir. Wolltest du nicht auch was in die Richtung studieren? Ja, eigentlich möchte ich gern Maschinenbau studieren. Da lernst du bestimmt viel über Autos. Ja, bestimmt. Aber komm, wir könnten auch gleich eine Runde fahren, wenn du willst. Ja, voll gern. Wo siehst du denn? Sophie und Isabella interessieren sich offenbar auch für die technische Seite von Autos. Ein interessantes Konzept ist die mechanische Auslegung bestimmter Bauteile. Dazu müssen aber vorher einige Konzepte der technischen Mechanik besprochen werden. Wenn dich das auch interessiert, dann steig doch ein.